Shadows und wir machen wieder weiter. So jetzt was haben wir hier aufgehört. Und ja, jetzt schauen wir uns mal was die Quelle dazu sagt. Also jetzt nicht die Quelle die Zellschrift, sondern halt die Quelle, ja böse Quelle halt. Ihr wisst schon. So, okay. Aber man, hier ist echt krass. Alles hier verwüstet. Aber wisst ihr was echt cool wäre? Wäre es so ein Spider-Man Film über Web-Ausstoß. Das wäre mal richtig nice. Aber sowas wird eh nie geben, aber wäre schon richtig cool. Aber nur gut. Ich sollte mir mal ansehen, ob diese Elektro-Symbillonten-Geschichten wahr sind. Schock-Taktik, okay. So, ein Schockling besiegt. Da ist schon mal der Nächste. Dann mal schauen. Da ist natürlich die... Ah, da ist einer. Also er macht er. Aber... Okay, die greifen richtig bösartig an. Sehr gut. Oh, das war einfach. Hallo? Folge den Fliegenden. Okay, folgen wir mal. Komm schon, wo führt er mich hin? Okay. Oh, oh. Das sieht ja bösartig aus. Ich hoffe mal, dass... Mal gucken. Sieht böse aus, Leute. Sieht böse aus. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ah, okay. So werden die also zu dieser Elektro-Länge, okay. Gut zu wissen. Aber nun gut. Aber wir müssen ja trotzdem stoppen. Nein. Okay. So. Sehr gut. Einen schon mal erledigt. Ich habe schon sehr viel Leben verloren. So, noch eins erledigt. Einer fehlt noch. Der kräfte mich die ganze Zeit an. Ah, der. Okay, der lässt mich einfach besiegen. Aber lässt mich wenigstens meine Ruhe. So. Sehr gut. Warte auch erst einfach jetzt. Was passiert jetzt? Sieht mir auch komisch aus. Äh, ich werde mich ein bisschen nervös. Oh nein. Oh nein. Das war jetzt irgendwie klar. Dass Elektro damit zu tun hat. Oder auch Symbionten. So. Das war jetzt einfach. Okay. Gut. Das war jetzt vor. Das war schon irgendwie geplant. Jetzt läuft es gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe das schon mal mit meinem Leben abgezockt. Äh. Also Elektrolinge sind total nervig. Ich fokussiere immer die an. Aber die brauche ich aber nicht. Ich brauche nämlich den. Sehr gut. Was ist denn die noch? Werden die ihn etwa auf? Die wollen dann raus. Okay. Ich muss die wohl erledigen. Ich weiß nicht, ob der jetzt Leben bekommt. Nein. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Also bis jetzt läuft das gut. Ich will ihn auch mal angreifen, weil er schließlich der Boss, den müssen wir natürlich besiegen. Nein. Okay, ich kann ihn jetzt angreifen. Nochmal. Okay. Was macht er jetzt? Okay, er macht das nochmal, glaube ich, oder? Was macht er jetzt? Ah, er lässt die wieder aufstehen, okay. Okay, okay, müssen diese Katzen zerstören. Oh, immer hier schön zerstören. Sehr gut. Wo sind die nächsten Kapseln? Es sind ja noch zwei. Da. Das sind die zwei. Auch wenn wir jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Aber Hauptsache wir erledigen die Kapseln. Okay, jetzt können wir Elektro wieder treffen. Nein. Nein, den wollte ich nicht. Genau, den wollte ich. Das ist gut. Sehr gut. Haben wir jetzt schon die Hälfte abgezogen. Nein, das war jetzt nicht so klug. Aber immer interessiert er mich jemand anderen an. Oh. Wir haben wenigstens schon mal die Hälfte. Das ist gut. Nein. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Ich kann nicht angreifen. Okay. Ich kann also nicht angreifen. Na gut, finde ich eigentlich auch ein bisschen logisch. Oh. Aber logisch. Braucht man ein bisschen logisch Leben. Okay, wieder die elektrischen Kapseln. Aber erstmal Leben auffilmen. So. 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 So jetzt sind wir noch 2 Kapseln. So. Wo die wohl sind? So. 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 vorne vielleicht. Ah da. Da wo es blitzelt. Da können die die sein. Sehr gut. Ich würde gerne die Kapsel anvisieren. Wo? Roter Leck. Oh, müssen wir mal schnell leben. Sammeln. Puh, okay. Jetzt können wir ihn auch wieder angreifen. Nein. Ach komm schon. Okay, jetzt kann ich ihn nicht angreifen. Ich muss mal die Semikanten hier besiegen. Wow, okay. Ja klar, darf ich auch mal irgendwas machen. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay, das ist schon ein krasser Bosskampf. Ich glaube, ich kann ihn jetzt wieder angreifen. Komm. Ich habe fast besiegt, Leute. Oh mein Gott. Puh. Oh mein Gott. Okay, das ist schon ein sehr, sehr starker Boss, Leute. Sehr, sehr stark. Aber ich bin froh, dass wir ihn so weit schaffen. Jetzt müssen wir diese Kapseln wieder zerstören. Aber ich denke, das war das letzte Mal, glaube ich. Hat er. Na Mann. Oh, das ging jetzt schnell. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich jetzt schön die Kapseln erst mal angreifen. Sehr, sehr gut. Also ich finde, bis jetzt läuft das gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich will mich jetzt auch nicht meckern. Ich brauche halt nur noch die Kapseln. Also nur noch zwei. Wir können nämlich Elektro dann wieder besiegen. Da ist keine Kapsel. Also müssen wir hier die Kapseln sein. Oder? Ist hier die Kapsel? Nein. Äh, wo ist denn? Ah, da vorne. Ah, ich habe schon gesagt, da wo die, wo das Blitz herkommt, das sind die Kapseln. Aber nur gut. Au. Au. Hallo. Nach jedem Schlag werde ich getroffen. Okay. Komm, ich habe ihn doch Clash besiegt. Nein. Ach, Mist. Der er fast besiegt. Okay, der besiegt Elektro, aber... Ich kann ihn nicht angreifen. Oh. Okay, okay, okay. Ich warte doch lieber. Wir müssen halt nur noch einen Schlag geben und dann ist er erledigt. Das will ich jetzt nicht riskieren. Vielleicht kann ich ihn so oder so nicht angreifen. Ja, was ich mache. So, einmal hier für die Kapsel erstmal hier zu stören. Wo? Was sind denn Kapseln? Oh, Mann. Ah, da vorne. Oh, okay. Das kriegen wir doch hin, Leute. Das kriegen wir doch hin. Also nur einen Schlag und dann ist der Elektro erledigt. Oh, da vorne. Die letzten zwei Kapseln. Aber ich finde, der Bosskampf läuft eigentlich. Ich habe ja echt ein bisschen Panik gehabt. Da gebe ich offene Eis zu. Da war ich echt ein bisschen nervös. Aber der geht eigentlich total. So. Nein. Ja. Sehr gut. Wir nehmen den guten Pfad. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Okay. Das war gut. Das war wirklich gut, Leute. Ah, wir haben jetzt auch noch Elektro als Verbündeter. Das ist wirklich gut. So, Schocktaktik. Ja. So, Leute. Ich würde sagen, ich beende hier mit dem Part. Ich hoffe, es hat sich gefallen. Ich mache mal wieder weiter. Dann gehen wir zu Black Hat. Und ihr habt euch gefallen. Dann können die Game dann noch umgeben. Bis zum nächsten Mal von Spider-Man Web of Shadows. Von Soldiers. Nichts. Das war das. Musik Ich bin einites. Wir sehen uns beim Nachdenşe JR.